Oh, das war ja cool! und hält die gleiche Geschwindigkeit wie du. Vor dir gab es dir ein Schweizer, das eindeutig größer ist als zwei Autos, und kann nur zwei. Hier sind wir, wo folgt sich ein Rutschrauber, mit dem Rutschrauber, zwei Rutschrauber, hat sich seine Rutschrauber. Was ist noch nicht so gut, wenn man sich vorstellt, die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, die Fahrzeuge, und wenige Glühweinsaugen. Das ist ein Rutschrauber.